Dann würde ich sagen, geht von hier aus dann das Schlafzimmer weg. Und von hier aus Arbeitszimmer. Und Badezimmer müsste recht klein dann sein. Machen wir halt ein ganz kleines, feines Badezimmer. So. Mal gucken, ob ich das von der Gestaltung so hinkriege, dass es auch mit den Dächern schön aussieht. Ich bin da nicht sonderlich kreativ und gut, was die Dächer in dem Spiel angeht. Wir haben uns nicht so gerne. Wir sind da immer ein bisschen überfordert miteinander. Die glitschen dann bei mir immer irgendwo noch rein und das sieht dann komisch aus. Und dann denke ich mir jedes Mal, äh, musste das sein. Ja, nee, so geht es nur den komplett nach draußen. Muss dann irgendwo rein grätschen halt. Guck ich mal, wie ich das hinkriege, ja. Ähm. Wenn's blöd aussieht, ist es nicht meine Schuld. Das ist dann einfach die Spielmechanik. Die mag mich dann nicht, hab ich beschlossen. Wieso muss das denn ein da drüber sein? Wieso? Wieso? Das ist ja merkwürdig. Komischer Ansatz. Hier geht's doch jetzt auch. Hä? Hä, was hab ich getan, dass das nicht ging? Was habe ich getan? Oh no. Okay, jetzt hier so. Nee, ist... Ich darf da nicht drüber gucken. Muss hier so reinpassen, damit's nicht komisch aussieht. Das geht noch. Das ist... Das hat modernen Look. Kann man so machen. Geht das denn hier auch? Ohne, dass es komisch aussieht. Wie gesagt, ich und Dächer in dem Spiel sind nicht so miteinander. Also nicht so glücklich. Hier geht es ineinander über. Wieso geht das denn nicht? Das ist auch wieder so ein Teil, was nicht so geht, wie es da so aussehen soll. Hier, das geht doch. Guck mal, das, äh, covert hier auch eine Menge ab. Na, wenn ich das ein zu weit ziehe, sieht's komisch aus. Das covert aber zumindest hier diesen Eckbereich. Wenn ich das breiter machen würde. Das ist zu breit. Ach, das geht doch wieder so in die Glitch-Ecke. Kann ich das denn nicht einfach da reingucken lassen? Einigermaßen gleich hoch. Ich und Dächer, wir mögen uns nicht. Halt, das war falsch. Ja, das ist, das scheint so jetzt einigermaßen zu gehen. Sieht abenteuerlich aus, ne? Ich kann, ich kann das mit Dächer nicht. Ich kann das nicht. Ich hab kein Blast und Dunst für andere das machen. Ich kann das nicht. Man baut ein cool, interessant aussehendes Haus und am letzten Endes denkst du ja immer nur so, ne. Okay. Okay, du kommst mal weg da. Das ist jetzt einfach mal kürzer. Man braucht wieder Geld zur Verfügung. Nein. Das wollte ich gar nicht. Sollst du um die Ecke gehen. So. Es ist sinnvoller, dass wenn das gerade Kanten hat, ne? Ach Gott. Ich bin so schlecht. Wenn es ums Bauen geht, so unglaublich schlecht. Die Grundidee war ja gut. So ist die Grundidee. Wieso zum Henker kannst du dich da so ganz anders hinpacken, Wand? Danke. Okay, dann haben wir hier Schlafzimmer, Eingangsbereich. Übergehend. Nein. Habe ich da hingeklickt? Habe ich gar nicht. Küchenbereich. Und das hier haben wir... Kann man nicht hier vorne irgendwie schon mal... Also erstmal, später wird es die Gästetoilette, aber erstmal ist es dann die Toilette. Und hier vorne... Küche und Terrasse dann. Noch möglich. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da für ein Dach hinkriege. Ich habe mir auch schon viele Tutorials und so angeguckt, aber ich finde keine vernünftigen Informationen dazu, wie man Dächer gestalten kann und dass die Kacke aussehen. Sieht immer so gut aus, wenn ich dann Zeug runterlade und dann gucke ich mir meine eigenen Dächer an und denke mir so, gelitten. Dächer gelitten. Muss ja doch irgendwie so ein Tool, wo Dächer ineinander übergehen. Das wäre... Sondern man macht das dann halt hier so hoch, nach dem Motto, da können dann halt auch noch Fenster rein. Nee, ist der so schräg gedreht, da komme ich gar nicht drauf klar gerade. So, das bis hier rein. Das glitscht da so ein bisschen. Sorry, Dach! Ich dachte nicht, dass das so glitschen würde. Haha, versteht ihr? Dachte... So, das kann dann auch noch da reingehen. Ist einfach so doof, dass die keine richtigen Ränder haben. Das sieht einfach seltsam aus. Da muss man die hier ganz reinmachen, damit die nicht genauso seltsam aussehen. Und dann sieht es noch seltsamer aus. Wenn ich das Dach bis hier rüber nehme. Weniger seltsam. Weil es soll ja hier auch Terrasse vorne sein, ne? Denke ich mal, dass... Hier gibt es das aber nicht in Schräg mit den Terrassen. Ich würde gerne da Terrasse setzen. Doch, hier so. Wie? Kann man das nicht? Wieso kann man das nicht in... Ach Gott. Wie setze ich denn da Terrasse hin, wenn das nicht geht? Muss ich dann eine normale Wand nehmen und die Wand ersetzen mit... Zaun. Aha. So geht das auch. Ja, okay. Schön. Hätten wir das auch gelernt. Guck mal, es sieht gar nicht mal ganz so hässlich aus. So, dann haben wir das hier und dann... Müssen da noch Fenster irgendwie hin? Hallo? Fenster? Ganz normale Fenster einfach. Hier zwei Stück. Die sehen ja nicht so hübsch aus. Haben wir da was Schöneres? Die sind so klein. Gibt es die nicht irgendwie auch als Doppelfenster? Nebeneinander. Dann sind die sehr teuer. Hallo? Hallo, Spiel? Aha. Gibt es die Tür auch in braun? Weil dann könnten wir diese tollen Fenster hier benutzen, die ich sehr schön finde. Oder die hier. Finde ich auch hübsch. Weiß nicht, ob wir die stilistisch hier anpassen können, aber... Sieht schön aus, wenn die so direkt nebeneinander sitzen. Sie sehen die echt sehr gut aus. Sieht halt nicht so gut aus, wenn die nicht direkt nebeneinander sitzen. Was hiermit? Das geht doch klar. Das Badezimmer. Schlafzimmer. Ja. Küche und Wohnzimmer. Nicht ganz so viel durch die Gegend glitschen, bitte. Danke. Ja, den Küchenbereich durchbrechen wir mit einem großen Bogen. So. Zur Terrasse. Was ist das denn? Ach, das ist die Tür der Wahrnehmung. Das ist eine Geheimtür. Stimmt ja, ich habe noch die ganzen Cheats an. Das ist dann Tür draußen zur Terrasse. Gut. Machen wir innen drin die Türen alle so. Ins Wohnzimmer. Ins Schlafzimmer. In die Küche, aka Gästezimmer. Wir hatten einen recht großen Flurbereich, aber da kann man halt später dann auch wenigstens was einbauen, was dann halt passt. Und das dann halt jetzt machen wir da irgendwas Schönes dann halt raus. Und ich wollte noch oben Fenster einbringen, weil das sonst komisch aussieht. Wo waren diese runden Dinger da? Dann könnte man... Ja, ist doch okay. Das muss ja nicht... Das soll ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, ne? Fassade, Fassade. Außenfassade, nicht Innenfassade. Irgendwas für Außen. Ich habe von allem hier keinen so großer Fan, mal abgesehen davon, dass ich das Haus gerne höher setzen würde. Ja, das Fundament ist doch so ganz nett. Äh? Kann ich das irgendwie auch so, dass das auf das gesamte Haus angewandt wird? Ne, dann muss ich jetzt jeden einzelnen Raum anklicken. Okay, das ist anstrengend. Halt, dann nehmen wir aber die bessere Farbe, weil das ja alles so braun ist. Braucht man natürlich auch die braune Farbe. Okay, dann klicke ich halt einfach jeden Raum an. Da habe ich ja kein Problem mit dir. Wenn das heißt, nichts zum Ändern vorhanden, ist gut. Dann hat sich das alles geändert. Sehr gut. Dann brauche ich nämlich da vorne auch. Und da kommen wir jetzt in die Bredouille, dass das da nicht so perfekt abänderbar ist. Ähm, hier, äh, Treppenaufgang, ne? Verstehen Sie? Ja. Oh, ist unglaublich. Ähm, nehmen wir, nehmen wir da hin. Treppenaufgang. Oh, da geht die, da muss die Tür dann weg. Das geht nicht. Der sieht komisch aus. Du kommst weg. Ähm, das Ding kommt höher. Damit man auch erkennen weiß, dass das eine Treppe ist. Sonst sieht das komisch aus. Oh, eure Treppe sieht komisch aus. Äh, das ist... Ne, das ist okay so. Äh, wo waren wir hier stehen geblieben? Da. Nein, die schöne Tür. Oh, ich will das aber nicht. Gut, dann muss ich noch weiter. Darf ich das dann da wieder da hinmachen? Tatsache. Darf ich dann jetzt da den Zaun hinmachen? Ja. Das ist doch süß. Hat man da die kleine Terrasse? Also ich finde das Häuser... Jetzt ist es okay so. So ist es doch gut. So ist es doch schön. Okay, jetzt sieht das da unten mit diesem komischen Rand ein bisschen seltsam aus. Weil da dieses weiße Zeug ist. Das sieht erst schöner aus, wenn das wieder ganz hoch ist. Machen wir das dann mal weg. So ist gut. Jetzt haben wir kaum noch Geld. Das ist schlecht. Ne, das passt auf gar keinen Fall. Ich kann es ja erstmal hier dran machen. Mal gucken, aber... Das müsste eher was Homogenes sein. Ich habe so viele Sachen runtergeladen. Also wir haben ja hier so ein bisschen pseudomodernen Stil. Da machen wir das jetzt mit dem Dach oben halt auch so ein bisschen moderner. Das ist nicht unbedingt modern. Das ist modern. Das ist interessant sogar. Ähm, was ist, wenn wir das hier lang machen? Wie sieht das aus? Sieht komisch aus. Das Ding schwebt irgendwie da oben. Kann man nicht hier so eine Borte dann machen, bitte? Das sieht sonst total seltsam aus. Das nehmen wir dann dann immer auch grau. Ja, das muss unbedingt mit so einer Borte abgeschlossen werden. Das geht sonst gar nicht. Ja, sonst sieht da der Rand sieht hier immer noch komisch aus. Aber es gibt Schlimmeres. Das geht nur, wenn ein Dach oben ist, ne? Ja, geht nur bei einem höheren Dach oben drauf. Okay, gut. Du siehst einfach seltsamer aus. Müssen wir wohl leben. Aber ganz flach machen sieht das noch seltsamer aus. Hm, Hanni machst du richtig gut. Naja, ich hab's voll drauf. Das ist schäbig. Das ist noch schäbiger. Das ginge. Was gibt's denn hier alles? Neutral. Das hat was mit dem Rand unten, weil der abschließt mit dem Rand. Es gibt dann so einen Doppel-Effekt und das sieht echt schön aus. Jetzt brauchen wir nur noch eine neutrale Tapete, die quasi das da oben in der identischen Farbe bringt. Wie soll man das denn kriegen? Das ist purer Ausdruck. Kannst du das nicht auch noch in dem gleichen Grau geben? Sonst machen wir es dunkler. Ah, beziehungsweise hier in der Farbe. Hallo? Wieso geht das da oben nicht? Färbbar da. Das, das ist durch. Das kann man auch. Das ist interessant. Ich hätte gerne halt exakt die gleiche Farbe da, dass es das nicht gibt. Das ist ja echt doof. Hör mal auf. Blödes Hoch- und Untergefahre da, ey. Da siehst du ja gar nichts. Ne, das ist nicht. Das ist zu hell. Das ist zu grau. Das ist zu bunt. Das ist zu pink. Das geht auch nicht. Ja gut, so hier von vorne sieht es ja auf jeden Fall gut aus, ne? Gibt es hier irgendwas, wo wir das reinpacken können? Hier den, den. Äh. Das Rangesoom ist immer so eine Sache. Hm, hier in Rot. Wenn wir hier Säulen hätten, könnte man das tatsächlich machen. Hätten wir denn mal Säulen? Hier. Das sieht ja gar nicht mal so mies aus. Äh, wie machen wir denn das jetzt? Kann man da irgendwie oben drauf auch, äh... Nein, 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 nein. Die Decke nach oben. Eine weiter oben. Hier. Ne, da. Höher halt. Wie kriege ich denn jetzt da oben eine Decke drauf? Gar nicht, oder wie? Ich will aber da so ein Teil oben drüber haben. Verstehe ich immer nicht, wie sowas dann nicht geht. Wenn das hier, äh, ein Zimmer wäre, wäre das kein Problem, ne? Probiere nur gerade mal herum. Kann man... Ach, können wir das vielleicht über die Dachfunktion machen? Gibt es da auch Flachdach? Nicht so, ne? Wenn wir jetzt hier... Wir können hier oben kein Dach drauf... Doch, können wir... Aber... Dadurch wird das ja nicht automatisch dann... Wenn wir das löschen... Pfff... Das ist so unnötig kompliziert alles. Dabei haben wir doch extra die hier. Und wenn man dann einen höher geht... Ja, dann trickse ich jetzt ein bisschen in der Hoffnung, dass das geht. Moment. 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 Hallo, hier ist ja wohl was zum Ändern vorhanden. Ich glaube, es geht los. So könnte ich zumindest da ein Dach erzeugen. Müsste danach aber alles ändern. Und kann das auch... Ne, nur bedingt. Ich muss dann wieder vor und zurück und so gehen. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Was ist denn dein Problem? Spiel. Da rein und das da nicht. Ups, das wollte ich nicht. Okay, wie muss ich denn jetzt... Damit ich da eine Wand ziehen kann, die Wand wieder wache. Ah, das ist alles unnötig kompliziert. So war das. So. Du kommst auch weg. Und dann... Nein. Nein. Dann kommt der da hier in die Ecke. Das kommt da hin. Genau. So sieht das schön aus. So, das hier irgendwie dahin übertragen. Ne, das ist dann einfach nur Boden dahingehend. Okay. Das kommt hier hin. Jetzt muss ich mich da... Muss ich da reingucken. Da steht Zaun. Voll gut. Ups. Okay. Ne, jetzt brauche ich wieder die Wand. Alter, Häuser waren in dem Spiel. Das war eine Doktorarbeit für sich. Was hatten wir denn hier? War das die da? Die war irgendwie voll schön, die Tür. Ne, das sieht komisch aus. Ist noch komischer. Die passt hier gut zu den Fenstern. So. Jetzt brauche ich noch eine Farbe. Hier oben drauf. Jesus. Der Holzstiel. Oder... Ja, eine glatte Farbe wäre halt toll. Aber es gibt ja keine glatten Farben hier. Nur so komisches Pseudo-Puzzle-Zeug. Das sieht total komisch aus. Muss ich jetzt mal dazu sagen. Das sind die einzig glatten Farben. Und da gibt es halt keine Auswahl in irgendeiner Form. Kann man höchstens dunkel nehmen, ne? Hier, das ist noch... Ah, das ist auch nicht richtig rot. Das ist auch mehr so ein braun. Ist hier noch irgendwas dazu gekommen, wo ich sagen kann... Oh, le, oh, le. Oh, nee, oh, nee. Na gut, dann nicht. Dann machen wir das hier so. Den Weg auch. Ich wollte ihn ja eigentlich so schräg gehen lassen. Aber das ist jetzt in Ordnung, so wie es ist. Es war ja nur ein erster Entwurf. Ich brauche ja immer einen Ansatzpunkt, um zu überlegen, wie ich irgendwas gestalte. Und das war so der Überlegen, wie ich irgendwas gestalte Anfangsentwurf. Dann habe ich das hier so schräg gehen lassen. Untertitelung des ZDF, 2020